Moin Moin, mein Name ist Nathalie Zimmermann. Ich bin Hamburgerin, ausgebildete Physiotherapeutin, Personal Trainerin und leidenschaftliche Kickboxerin. Ich habe erst mit Anfang 20 den Kampfsport für mich entdeckt und das war wow und ich liebe jede Sekunde meines Trainings, auch wenn es anstrengend ist. Ich habe erst zehn Jahre Taekwondo gemacht und dann bin ich zum Kickboxen gewechselt. Ich bin mittlerweile dreifache deutsche Meisterin, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Mein großer, großer Traum seitdem ich 20 bin, ist es einen internationalen Titel wie einen Weltmeistertitel zu erkämpfen und wenn sie Interesse haben mich persönlich kennenzulernen und mich auf meinem Weg zu unterstützen, würde ich mich sehr freuen.